Diese Aktien kaufe ich jetzt im Juni 2023. Wie jeden Monat gibt es wieder spannende Aktien und Wertpapiere, die ich für das Finanznet-Depot kaufe und dir in diesem Video vorstellen möchte. Außerdem gibt es ein Update zu unserem Community Finanznet-Depot, bei dem in den letzten Tagen einiges los war, wie zum Beispiel mit Nvidia, Adobe, aber auch BYD. Und wir verkünden den oder die Gewinnerin unserer Performance-Verlosung. Bleib also unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd. Und in diesem Video zeige ich dir die Aktien und ETF, welche es im Juni 2023 für 1.000 Euro ins Depot geschafft haben. Wie immer haben wir dafür eure Kommentare unter unseren Videos ausgewertet und die drei der dort am häufigsten genannten Aktien und ETF kaufe ich immer auf euren mehrheitlichen Wunsch hin. Also danke an jeden fleißigen Teilnehmer und Zuschauer unserer Videos im letzten Monat. Und wenn du keines unserer Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch jetzt gern direkt unseren Kanal. Starten wir also jetzt mit Platz Nummer 3 für Juni. Und das ist bei euch die Aktie von Airbnb. Der Plattform für die Vermittlung von Übernachtung, aber auch immer mehr von speziellen Unterkünften und damit verbunden auch Erlebnissen. Und da ist es Airbnb schon wirklich gut gelungen, eine breite Palette aufzubauen, was die Zielgruppe angeht. Von den individualisierten Weltenbummlern, die möglichst hippe Orte auf ostasiatischen Inseln suchen, über die Schnäppchenjäger bis hin zu Luxusurlaubern. Alle werden dort fündig und das gepaart mit einer einfachen Bedienung und Nutzbarkeit der Plattform. Selbst mein über 70-jähriger Nachbar stellt sich dort ohne Probleme seine Italien-Rundreisen regelmäßig zusammen und bucht wie selbstverständlich. Dazu kommt er eigentlich erst auch durch Airbnb für eine breite Masse an privaten Vermietern zugänglichem Markt der Vermietung an Kunden weltweit. Außerdem kennt auch jeder von uns wohl die Werbeanzeigen in den sozialen Medien, wo uns dann Profis und Coaches erklären möchten, wie sie denn mit Airbnb richtig Geld mit ihren teilweise selbst nur gemieteten Immobilien verdienen. Das kann und will ich an der Stelle moralisch jetzt nicht bewerten und die Meinungen gehen darüber auseinander, insbesondere was Ballungsgebiete und angespannte Wohnungsmärkte angeht. Aber es zeigt einfach auch, dass Airbnb die unterschiedlichsten Akteure wie Reisende, Vermieter und auch Dienstleister anzieht und so einfach zusammenbringt, dass alle was davon haben. Selbst, und das ist für uns Anleger wichtig, Airbnb mittlerweile. Denn nach verlustreichen Anfangsjahren mit 4,58 Milliarden US-Dollar Nettoverlust 2020 und auch 2021 immer noch 352 Millionen US-Dollar und das durch hohe, aber übliche Anfangsinvestitionen als Tech-Unternehmen und natürlich auch dem geschuldet, dass es zwei Jahre kaum Reiseverkehr auf der Welt gab, konnte jetzt zum einen der Umsatz selbst in dieser Zeit schon fast verdoppelt werden von 3,3 auf 5,9 Milliarden US-Dollar, wie du sehen kannst. Aber bereits 2022 schrieb der Konzern tatsächlich schon einen satten Gewinn. Ich persönlich bin auch überrascht, wie hoch dieser jetzt schon ausgefallen ist. So wurde der Umsatz auf knapp 8,4 Milliarden wiederum ansehnlich gesteigert, aber eben der Gewinn lag netto schon bei 1,89 Milliarden US-Dollar. Okay, das ist gut bis sehr gut, aber natürlich Vergangenheit und damit eingepreist. Und das bringt uns auch zur Gegenwart und Zukunft. Denn gerade mit den letzten Geschäftszahlen für das Q1 2023 gab es zwar wiederum sehr gute Zahlen, aber auch kritische Töne zur nahen Zukunft von Airbnb selbst. Und die wogen für den Markt deutlich schwerer als die an sich guten Geschäftszahlen. In einer strammen Abwärtsbewegung ging es für die Aktie zweistellig runter in kurzer Zeit und das war natürlich im ersten Moment für die investierten Anleger alles andere als positiv. Aber genau danach kamen auch von euch ganz vermehrt die Kommentare für den Kauf von Airbnb als Chance für das Finanznerd-Community-Depot. Denn natürlich ist dadurch auch die Bewertung wieder etwas interessanter geworden, auch wenn diese dennoch, dazu kommen wir gleich noch, nicht billig ist. Und das ist auch vielleicht das große Manko der Aktie momentan noch. Doch was wurde nun genau verkündet? Zum einen steigerte man den Quartalsumsatz von 1,51 Milliarden US-Dollar auf 1,82 Milliarden, erwartet wurden eigentlich nur 1,79. Und der Gewinn je Aktie überzeugte hingegen nochmal viel deutlicher, weil es von minus 0,03 US-Dollar im Vorjahresquartal rauf auf 0,18 US-Dollar Gewinn ging. Wobei nur 0,1 US-Dollar erwartet wurden. Aber die eigene Aussicht verhagelte, wie erwähnt, die Stimmung. So geht Airbnb mit einer leicht niedrigen Buchungsanzahl im Vergleich zum Vorjahresquartal für das kommende Quartal aus, betont aber auch, dass dies an sehr hohen Buchungszahlen damals gelegen hat, weil im letzten Jahr die Menschen einfach nach knapp zwei Jahren natürlich zu Hause auch wieder reisen wollten. Aber auch durch steigende Preise, insbesondere bei Flügen, lässt Airbnb vermuten, dass die Menschen weniger Geld haben für die Übernachtung selbst und deshalb die Anzahl der Nächte und auch dem geschuldet die durchschnittlichen Tagespreise etwas zurückgehen werden. Meiner Meinung nach verständliche Punkte aus Unternehmenssicht und eigentlich auch gut, dass sie das so transparent ansprechen. Aber der Markt erwartet eben mitreißende Wachstums-Stories von Airbnb und das Wachstum verlangsamt sich eben. Aber ganz ehrlich, lieber Markt, worüber sprechen wir? Klar gab es vorher 50, 60, 70 Prozent Gewinnsteigerung, aber das lag ja auch an geringeren Ausgangswerten und so geht es doch niemals über Jahre hinweg weiter. Insbesondere nach so einem Erfolgsjahr wie 2022. Also ja, es verlangsamt sich, aber alles andere als wirtschaftlich ungesund. Wenn man sich dazu dann auch die prognostizierten Zahlen bis 2025 anschaut. Natürlich kann ich aber auch Kritiker absolut verstehen und das ist einfach nur mal das Manko bei Airbnb, neben der Verlangsamung des Wachstums, die eine aktuelle Bewertung mit einem KGV von 35,83 als immer noch zu teuer ansehen und selbstverständlich dann den Vergleich beispielsweise zu Booking als Reiseplattform ziehen mit einem KGV von aktuell 26,84. Und diesen Vergleich würde ich persönlich in der Praxis tatsächlich auch ziehen. Dennoch, Airbnb ist beliebt und hat viel Aufmerksamkeit vom Markt und sollte die jetzige Unterstützung bei 105 US-Dollar halten, ist nach oben etwas Luft Richtung 117 oder gar 127 US-Dollar. Und auf euren Wunsch hin kaufe ich nun im Juni 2023 die Aktie von Airbnb. Und immer wieder werde ich gefragt, Mensch, wie kann man denn heutzutage eigentlich einfach Aktien, ETF und andere Wertpapiere kaufen, ohne ganz tief in den Markt einsteigen zu müssen? Und ich sage, mit der einfachste Weg ist nach wie vor Trade Republic. Das Depot ist kostenlos in wenigen Minuten am PC oder auch auf dem Smartphone eröffnet und die Oberfläche ist so vereinfacht, dass damit jeder, und ich meine jeder, Aktien, ETF und anderes mit wenigen Klicks kaufen kann. Einfach die gewünschte Aktie raussuchen, auf Kaufen klicken, dann die Anzahl der Aktien oder der gewünschte Betrag und im letzten Schritt einen Kurs festlegen. Und meiner Meinung nach, ganz wichtig, nicht mit einer Market Order, die einfach zum nächsten Preis ausgeführt wird, sondern einer Limit Order, die nur zu dem Kurs ausführt, den du vorgibst. Und das nach wie vor alles ohne Depotgebühren. Jeder aktive Trade kostet nur einen Euro Fremdkostenpauschale und dazu mehrere tausend ETF und Aktien im Sparplan, sogar komplett kostenlos. Und jeder Euro, der nicht investiert ist und im Depot liegt, wird garantiert bis 50.000 Euro mit 2% im Jahr verzinst. Teste es am besten selbst über den Link unten in der Videobeschreibung, denn einfacher geht es kaum heutzutage. Und unterstütze damit auch unseren Kanal und unsere Arbeit. Und auch Platz 2 für den Monat Juni ist dort natürlich zu finden und komplett kostenlos im Sparplan. Nämlich euer Voting der MSCI World. Sonst ja regelmäßig die Nummer 1, ich weiß, was ja auch verständlich ist, aber in diesem Monat hat es euch eine Aktie noch deutlich mehr angetan. Und da es, wie immer, nicht viel Weltbewegnis zum MSCI World an Neuigkeiten gibt, verweise ich wieder auf unser extra Video dazu. Und wir nutzen die Zeit für Platz Nummer 1. Und ihr habt die Aktie von Apple im Juni auf den Thron gepackt. Und die fleißigen Zuschauer wissen es vielleicht noch, im Januar hatten wir auf euren mehrheitlichen Wunsch hin Apple letztmalig analysiert und dann im Februar fürs Depot gekauft. Die Ausgangslage damals war ein Kursrückgang vom Allzeithoch bei 180 US-Dollar auf zwischenzeitlich geglättet 129 und einer darauffolgenden Erholung auf knapp 140 US-Dollar je Aktie. Und wer das Video gesehen hat, ich war nicht durchweg positiv eingestellt. Und es gab neben vielen Pro-Argumenten auch ein, zwei Kritikpunkte von mir. Aber was soll ich sagen, es ging rauf. Und das auf aktuell 171,56 US-Dollar. Also in diesen knapp vier Monaten ein gutes Händchen von euch. Doch was ist inhaltlich los bei Apple und welche Neuigkeiten gibt es? Hier ganz vorn dabei der kurz bevorstehende Release eines neuen Produktes aus dem Hause, welches schon lange erwartet wurde und um das sich viele Gerüchte gerankt haben. Zwischenzeitlich habe ich persönlich mich schon gefragt, ob es überhaupt noch kommt. Aber ja, anscheinend jetzt am 5. Juni ist es soweit. Und Gerüchten zufolge soll das Headset von Apple erstmalig bei der Worldwide Developers Conference vorgestellt werden. Und es sind schon einige Insider-Informationen zu dem Headset bekannt geworden. Dies soll unter anderem dann einen Hüftakku besitzen und den Nutzern ein 120 Grad Sichtfeld bieten können mit einem 8K-Gesamtbild. Anfangs soll die Brille gerade bei Videokonferenzen die Nutzer unterstützen, indem der Headset-Nutzer als Avatar in einer virtuellen Welt nachgeahmt wird. Für Brillenträger soll es außerdem eine Auswahl an individuellen Brillengläsern geben und der Wechsel zwischen der realen und virtuellen Welt soll mittels eines Rads möglich sein. Ähnlich wie der sogenannte Digital Crown bei der Apple Watch. Auch wenn es als Produkt selbst einen riesigen neuen Markt für die Zukunft für Apple erschließen wird, geht das Apple-Management aktuell selbst kurzfristig noch nicht von hohen Margen aus. Laut einigen Insidern lege der Verkaufspreis bei rund 3.000 US-Dollar wahrscheinlich, wohingegen die Produktion selbst schon eines Headsets bei 1.500 bis 1.600 US-Dollar liegen soll, also die Marge nicht ganz so hoch ist wie sonst bei Apple-Produkten. Bei der Entwicklerkonferenz sollen außerdem weitere neue Produkte vorgestellt werden, wie beispielsweise das erste 15-Zoll MacBook Air. Mit der neuen iOS 17-Version für das iPhone erwartet man außerdem eine Reihe neuer Features, wie zum Beispiel ein Stimmungstracking und einen KI-Gesundheitscoach. Um neue Produktionskapazitäten und Entwicklungsmöglichkeiten zu stärken, möchte Apple aber außerdem auch gerade die Produktion im eigenen Land weiter voranbringen und das unter anderem mit einem kürzlich geschlossenen Multimilliarden-Dollar-Deal mit dem US-Chip-Hersteller Broadcom. Die Zusammenarbeit beider Konzerne soll die Entwicklung von 5G und drahtlosen Konnektivitätskomponenten weiter ausbauen. So liefert beispielsweise Broadcom in Zukunft bestimmte Komponenten und Module für Apple-Produkte und sichert ausreichend Fertigungskapazitäten und andere Ressourcen dem Konzern zu. Momentan kommen die Komponenten zur Anbindung an den 5G-Datenfunk noch vom Chip-Konzern Qualcomm, aber selbst Qualcomm geht gerade wohl davon aus, das Geschäft mit Apple auf lange Sicht zu verlieren und der neue Deal mit Broadcom scheint die Aussage auch zu unterstreichen. Damit möchte Apple einfach die eigenen Lieferketten weiter stützen und schützen und wir wissen alle, wie wichtig das auch schon in der kürzeren Vergangenheit war und wahrscheinlich auch in der naheliegenden Zukunft wird. Doch nicht nur der Ausbau in den USA wird vorangetrieben, sondern auch in Europa und sogar speziell in Deutschland. Dort vergrößert der Konzern sogar seine Investitionen. So gab Apple erst vor kurzem bekannt, eine Milliarde Euro zusätzlich in ihr europäisches Zentrum für Chip-Design in München zu investieren. Neben der Bekanntgabe ja schon im Jahr 2021 dort ebenfalls eine Milliarde Euro zu investieren. Also aus eins und eins macht zwei Milliarden. Tim Cook selbst lobt die Ingenieure in München übrigens, welche nach seinen Aussagen zur Weltspitze gehören. Und dass Apple sich nicht ausruhen kann und etwas einfallen lassen muss, wird auch durch die letzten und aktuellen Geschäftszahlen untermauert. Am 4.5. hat Apple die Geschäftszahlen für das dritte Quartal verkündet und auch da hält der minimale Negativtrend zumindest im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Genau wie im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu Q1.2.22 ging es auch jetzt im Vergleich zum Vorjahresquartal sowohl beim Umsatz als auch Betriebs- und Nettoergebnis tatsächlich etwas zurück. Natürlich weiter auf absolut hohem Niveau, aber eben ein Rückgang, der sich dann auch auf die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr niederschlagen wird. Erst mit dem Geschäftsjahr 2024 kehrt Apple dann wieder nach den jetzigen Prognosen zum Wachstum zurück. Und damit das gelingt, wird Apple ja auch erfinderisch. Wie die neue Kooperation mit der Investmentbank Goldman Sachs zeigt. So bietet der Konzern ja zukünftig auch in den USA ein Sparkonto an, bei dem die Kunden Zinsen in Höhe von 4,15% pro Jahr bekommen. Und die Nachricht war so grandios, dass sie selbst, obwohl das Angebot eigentlich nur in den USA gilt, auch hier in den sozialen Medien rauf und runter gepostet wurde. Führt man sich vor Augen, dass aktuell eigentlich der durchschnittliche US-Sparkassenzins gerade mal bei 0,37% liegt, bietet Apple also den Kunden mehr als das Zehnfache an. Dafür notwendig ist allerdings dann auch die Kreditkarte Apple Card, wodurch sich Apple auf einen Schlag massiv Zutritt nochmal in den Bankenmarkt verschafft und den Kurs dementsprechend auch gestärkt hat. Aber der Kurs von Apple ist eben in letzter Zeit auch schon stark gestiegen, insbesondere im Vergleich zu den reinen Geschäftszahlen und den kurzfristigen Prognosen, die ja nicht ganz so rosig sind. Und der nächste massive Widerstand steht jetzt nach oben in der Zone 175 bis Richtung 180 an, an dem Apple auch bereits mehrfach gescheitert ist, beziehungsweise zumindest der Kurs. Ein Neuanstieg muss meiner Meinung nach also auf diesem Niveau wirklich gut durchdacht sein. Ich selbst bin aber seit Jahren nach wie vor investiert und lasse Apple auch weiterlaufen. Und auch ihr wollt die Apple-Position im Finanz-Nord-Community-Depot ausbauen, jetzt im Juni 2023. Und das bringt uns zum Depot-Update und unserer Verlosung der Performance. Und direkt vorweg, der Monat Mai hat dem Depot sehr, sehr gut getan. BYD kletterte zwischenzeitlich auf 30 Euro je Aktie, verlor dann wegen möglicher Verfehlung bei Emissionswerten, jetzt zuletzt aber auch wieder, konnte aber dennoch zulegen unterm Strich. Und besonders der KI-Schwung durch die wahnsinnig guten Geschäftszahlen von Nvidia mit plus 25 Prozent, Kursgewinn an einem Tag und den dadurch auch satten Kursgewinnen bei ASML, Adobe und auch Microsoft, sorgen dafür, dass wir endlich ins Plus zurückgekehrt sind. Standen wir letzten Monat noch bei minus 1.348 Euro, sind es heute früh, am Freitag 24,28 Euro, aber in grün, also im Plus. Auf der Gewinnerseite stehen im Depot demnach auch Nvidia mit plus 135 Prozent ganz oben, dann Meta mit plus 63 Prozent und auch zwei ETF in den Top 5 mit dem Nasdaq und dem MSCI World mit der Ausrichtung Informationstechnologie. Aber es gibt natürlich auch Verlierer im Depot, ganz unten immer noch Eat Beyond, aber auch Vata mit minus 86 Prozent und ganz aktuell die Embracer Group aus dem Gaming-Sektor, die jetzt in der Woche minus 44 Prozent an Wert verlor, als für viele überraschend eine 2 Milliarden Dollar Kooperation abgesagt wurde. Aber das soll den positiven Verlauf in diesem Monat nicht überstrahlen und strahlen wird hoffentlich auch der oder die Gewinnerin der Performance-Verlosung, wo wir unter allen Kommentaren des letzten Monats mit dem Hashtag Finanzner Depot und einem Aktien- oder ETF-Wunsch immer die Monats-Performance verlosen. Und dieses Mal sind das immerhin 1372 Euro und 26 Cent, also fast ein Rekordwert. Und darüber freuen kann sich in diesem Monat Isabella. Herzlichen Glückwunsch! Melde dich innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieses Videos hier per Mail bei uns an info-at-finanz-nerd.de mit einem Nachweis, dass dir der Account gehört. Allen anderen wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg für die nächste Runde, nutzt jetzt die Chance, vielleicht schon im nächsten Monat selber gewonnen zu haben. Als kleine Unterstützung unserer Arbeit und Recherche würden wir uns außerdem freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst, damit du keines unserer Videos mit Aktienanalysen und Finanztipps mehr verpasst. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Video, dein Finanznerd Simon.